Was Süßes vom Grill geht immer. Ich muss euch sagen, ich tue gern mit der Resthitze am Kugelgriller noch Kuchenbacken. Da schaut es her, den habe ich für euch gemacht. Da habe ich mit der restlichen Hitze gespült einen guten Kugelhupf zum herauszaubern. Meine Mama ist natürlich eine begnadete Kuchenbäckerin, die hat am Gasgriller gezeigt, wie man eine Turten macht. Gibt es nicht die Möglichkeiten, die habe ich da.